so freunde willkommen zum vierten tag des sturmangriff turnier ist alles sehr schnell vier sterne sind es nicht es sind nämlich drei und wir haben grün gesperrt da sind wir jetzt am vierten tag da wo ich eigentlich gedacht habe dass wir uns da schon am ersten tag befinden aber gut war ein weiter harter kampf zu a manche sind halt mit einem tree evil auf a das ist halt auch das ist halt wirklich der der zufall mit den ganzen tun es auch interessant hier ist ein tree evil drin ist ja bestimmt auf a ja bestimmt ja dieser jolly den hätte man auch gut machen können da ist schon wieder joshi ne das ist und ich habe immer noch diese kack pixel ferie ich habe das spiel gerade neu gestartet dieser joshi der ist stark er ist einfach wirklich richtig stark naja okay man darf ja auch nicht vergessen in meine tree will haben keine limit breaks also zwei von drei nicht ist aber egal darum geht es ja gar nicht wir gucken mal was wir jetzt hier so machen können so wir haben halo dabei weil hier ein tree evil ist wir nehmen yukahein mit weil hier in basel ist ganz einfach immer dorn raus nehmen dich auch aus das war schön mit dir aber jetzt ist auch los nehmen dich wieder mit ich weiß nicht was diese pixel was das soll das triggert mich enorm hat mich im krieg auch schon genervt keine ahnung was das soll okay hier nicht mehr ne doch da aber hier unten nicht aber da ist es habe ich mal dass die die steine jetzt nicht auch immer noch pixelig sind wahrscheinlich schon ja was ein quatsch okay ähm blau wir spielen den blauen kriegen den blauen das ist erstmal gut das ist nicht gut so viel da in den jungen da hinten rein war gar nicht mal so schlecht wie krieg ich denn jetzt lila match ja lila match kriege ich machen das so waren das jetzt absichtlich dass wir in ihn rein spielen damit er das macht wir das heilen und wenn er das jetzt so spielen können so gut what du dreckiger arsch ey was war das denn jetzt wofür war das denn jetzt weil ich das so clever gemacht hab hier und dann das alles so oder was ach man ey gut ähm fehlt aber immer noch ein bisschen ein tacken lila mal gucken mal feuer jetzt juka heim mach das so boah jo warum feuern denn danach immer alle gefühlt was ist das denn was soll das real hat dingens drauf dann machen wir das mal gehen wir mal hier hin ich wusste dass ich mich selber kille also von daher was sollte ich jetzt anderes tun was soll müssen heilen so okay gucken wir mal erst mal gut erst mal gut die haben alle den attack down drauf ne das ist das ist das schöne lass uns das erstmal eben einmal machen bitte so wir heilen wir machen juka heilen an dann machen wir diesen move der gibt uns da nämlich ganz viel lila oh sehr schön gut dankeschön so jetzt tut er weh aber er wird nicht killen gut dafür ist er zu schwach zum killen nein nicht noch mal ich will ihn jetzt nicht herausfordern lass das sein nein wenn du mir jetzt ein disconnect reindrückst ne ich hast du alles dann okay wollen wir einmal ganz schnell alles durchklicken hier das war das ist nämlich ein sicher geglaubter Sieg wenn der durch disconnect weg geht oh böse ganz böse juka heilen brauchen wir nicht unbedingt du gehst nur auf alle nur in anführungsstrichen was ist das wir nehmen dawn mit ja tree evil gegen tree evil guck mal diese pixel nerven immer noch ah wir haben hier ein lila match wir haben hier ein blaues match wir haben gegebenenfalls wenn wir die grünen so spielen haben wir hier ein blaues match vielleicht wenn wir die grünen hier oben spielen haben wir vielleicht ein blaues match wenn wir die grünen spielen haben wir vielleicht hier ein blaues match das was sicher ist was wir haben ist alles unter tree evil das ist natürlich nicht so geil wir gucken mal was hier passiert weil da kriegen wir ein bisschen Bewegung rein. Und das mal so. Machen das mal so. Okay. Ja, das ist nicht so klasse. Aber was sollen wir tun? Okay. Wir heilen und wir machen Minions an. Okay. Wo kommt denn sein Gegenschlag her? Ist das denn eine Alpha-Fähigkeit? Machen wir das so. Naja. Es ist nicht so geil, dass er ausgelöst hat. Bin ich ehrlich. Ja, wir haben es verloren. So, noch gucken. Achso, ja. Ja, okay. Alles klar. Da kommt eine Null zum weiteren Score dazu. Sehr schön. Okay. Mal wissen, was Nullen bedeuten. Deswegen kümmere ich mich da gar nicht drum. Gunnar ist da. Also nehmen wir Jukahein mit. Zack. 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 Brauchen wir da noch was? Nö. Habibi, Junge. Oh je. Oh je. Okay, warte mal. Hier ist vielleicht was. Einen Versuch können wir ja wagen. Okay. Das war nichts. Dann spielen wir das so. Und so. Ich will das jetzt so. Und gucken mal. Aha. Genau. Gut. Okay. Wir müssen trotzdem unseren Jukahein ankriegen. Warum lösen die denn nicht schon alle aus? So weit. Also so. Ach, das ist auch schon. Das mal so. Jawoll. Die wollte ich eigentlich von Anfang an haben. Da diese blaue Kombo. Jetzt hör auf. Und triggern die alles. Zum Glück wird mir auch keiner sterben. Das ist auch erstmal gut. Gut. So. Weiß ich aber auch nicht so, was ich davon halten soll. So. Ah, wir haben noch eine Niederlage. Dann sind wir raus. Aber. Wenn wir verloren haben. Wir haben einmal keine Null gehabt. Ne? Da war es. Ach doch. Wir haben doch drei Nullen. Ja gut. Siehst du. Dann. Ist ja klar. Also entweder es läuft oder es ist halt alles zu spät, was, was dann da kommt. So oder so. Entweder richtig, entweder bist du der Baum. Also in meinem Fall gibt es, es gibt nicht so, ähm, so ein Dazwischen. Es ist entweder Baum oder Hund oder Schwarz oder Weiß. Was anderes Dazwischen gibt es nicht, ne? So wie jetzt bei diesem Turnier. Also das ist, äh, das ist entweder wirklich eine Null oder ein Sieg und teilweise ein Easy-Sieg gegen Gegner, die jetzt nicht unbedingt eigentlich easy sind. Aber naja. Ist nichts Neues, ne? Mh, Wächter-Lemur. Ja. Teil 2 deines Specials bringt dir gar nichts in diesem Turnier. Zuckerhain brauche ich nicht. Nehmen wir den auch wieder raus. Status-Effekt-Pony zurückwerfen. Ja, das ist ja auch Dodge und sowas von Aquila. Machen wir einfach mal. Machen wir mal mit. Warum nicht? Haben wir neu gemacht. Also von daher kommt er mit und fertig. So, hier haben wir 3 lila, ne? Das ist erstmal gut. Und Option, dass ein gelbes Match hinterher kommt. Gucken wir mal. Okay. Ja, den hier, genau. Ausnahmsweise ist der mal gut. Dann machen wir das nämlich so. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch ein lila Match. Kriegen wir das hier? Ne, da oben. Und da unten. Okay. Aber erstmal triggern wir noch ein paar. Okay. Komm mir aus. Machen wir so. Okay. Ähm. Tree Evil an. Egal, ob da der Dodge ist oder nicht. Wurscht. Wir gehen halt nur nicht mit Mewe jetzt voll auf die deutsche Seite, sondern hier hin. Okay. Dann ghosten wir mal hier. Hauen ihn raus. Und dann killen wir Ulma mit den Gelben, die hier sind. Das sollte reichen. Loll. Okay. Machen wir mal ein bisschen Bewegung rein. Ich will Felten eigentlich ankriegen, weil Felten kann, kann eher killen als, ähm, wenn ich da jetzt ein lila Match mache. Er ist mir halt ein Dorn im Auge, so. Weg mit dir. Und jetzt haben wir ja sowieso unsere lilanen hier. Weiß jetzt nur nicht, ob sie... Ja, 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 bitte. Bitte. Ja. All, allen drei. Sicher. Erzähl das mal meiner Freya im Krieg. Bitte. Sag ihr das mal. Sag ihr das mal, dass sie Christine dodgen soll und nicht immer Christine kassieren soll. Vielleicht kann sie noch was von dir lernen, Aquila. Ich mach das jetzt aus Prinzip nochmal. Ich warte jetzt nicht den Dodge ab. Ich mach das jetzt nochmal, um zu gucken. Okay, getroffen. Okay, jetzt hat sie... Ah, einmal muss. Aber weniger, als ich gedacht habe. Ich dachte, jetzt dodgt sie mindestens nochmal zweimal. So. Gut. Okay. Das schreit eigentlich nach Blau, ne? Gegen Lully. Lully ist der Bruder von Dully. Oder die Schwester in dem Fall. Ähm. Blau. Ja, Gelb eher nicht so. Limit Break 2 Halo. Halo, guck dir mal an. Das ist dein großer Bruder. 1260 Leben. Was hast du denn? 966. 610 in der Defensive. Schon stärker, ja. Ja, wir spielen mit Blau. Glaub ich. Irgendwann mit Blau? Die Überlegung ist halt wirklich, ähm. Hier in diesem Modus, gehe ich jetzt nicht danach, äh, starke Farbe gegen Hauptfarbe. Sondern, was habe ich, was ist das stärkste, was ich bieten kann, wenn ich einmal zum Auslösen komme. Weil ich kann nicht davon ausgehen, dass ich halt meine Helden 2, 3, 4 mal auslösen kann. Sondern, ich muss halt gucken, massiver Schaden oder so viel Schaden wie möglich mit einmal auslösen. Und den habe ich halt in Blau nicht. Ich habe einen Jukahain, ich habe einen Nordry und einen Karel. Und Nordry, Karel, die machen guten Schaden. Nichtsdestotrotz machen die True Evil und Mewe mehr Schaden. Ja. Klar, mit den Steinen könnte ich dann noch Damage machen. Wenn wir da was kriegen. Also mehr Damage. Ja. Aber ich bin eigentlich mit meinen Lilanen soweit zufrieden. Hm. Mhm. Ich weiß es tatsächlich nicht so wirklich. Wenn man jetzt hier, aber jetzt weiß ich, was wir machen lassen. Wir gehen jetzt mal auf Blau. Dann nehmen wir ihn aber raus. So, wir nehmen jetzt Nordry mit. Wir nehmen Karel mit. Und wir nehmen Tarif mit. Jetzt brauchen wir hier noch einen Heiler. Und dieser Heiler wird sein Mondfalke. Wird Mondfalke der Heiler sein? I don't know. Oder wir nehmen Adirin mit. Komm, wir nehmen Adirin mit. Warum nicht? So, du kriegst aber erstmal, ja. Die defensive Truppe. Zack. Du hast die Offensive. Ihr kriegt alle drei die Defensive. Äh, die Offensive. Zack. So. Okay, gucken wir mal. Okay. Ja, Lila und Blau sind ungefähr gleich. Aber Lila hat dann doch vielleicht einen kleinen Vorteil hier. Ähm. Das lila Match gibt hier ein gelbes. Ja. Ja, ist okay. Das machen wir mal. Okay. Gut. Gut. Machen wir das. Dann haben wir sie nämlich schon mal an. Weil da wird gleich von ihm was kommen. Boah. Ich dachte schon, da wäre schon wieder alles gezählt von mir, ne? Schon wieder die Lichter am Ende des Tunnels gesehen. Okay. Alles auf den Heiler, ey. Verstehst du nicht. Das ist halt wieder so ein Mysterium hier. Ähm. Wie man da soll. Kannst du ihn killen? Das wäre ganz nett. Okay. Ja, den... Heiler lassen wir jetzt da mal Heiler sein. Der kann da von mir aus was machen. Wir gucken mal. Dann machen wir das erstmal so. Und dann kümmern wir uns erstmal, glaube ich, um die Seite hier hinten. Und hauen Asar raus. Gut. Okay. Dann machen wir jetzt hier mal ein bisschen Action. Eigentlich mal so schlecht. Sie hat jetzt dodged. Okay, super. Kann ja wieder was werden. Und er heilt. Jetzt werde ich das so machen, dass ich mich hier sammle und warte, bis der Dodge weg ist. Wie lange geht der? Zwei Züge noch. Ja. Die sitzen wir jetzt hier aus. Und dann feuern wir mit allem, was wir haben, auf einen drauf und nehmen den hops. Achso, vorne ist schon fertig. Hä, warum ist die schon fertig? Okay, gehen wir auf Halo. Okay. Der war ja schneller tot, als ich gedacht habe. Ich dachte, der braucht alle Specials. Umso besser. So, jetzt dürfte sie kein Dodge machen. Aha. Reflektiert. Okay, also eine Null ist anscheinend immer pro Tag drin. Warum auch immer. Da wird nicht gegönnt, aber von mir aus. Einmal so richtig reinballern geht immer. So. Okay. Gut. Defensive ist auf A. Wir sind also auf dem Weg. Oh, Arthur. Nicht schlecht. So, lass uns mal irgendwas gucken. Wir haben den Krieg gewonnen. Explonung ist super. So, jetzt zeigt er mir wieder alles, was er hier im Angebot hat. Super. Dankeschön. So, was haben wir hier alles? Wir haben das geschafft. Das war es hier erstmal. Hier haben wir noch ein, zwei Sachen. Okay. Gut. Ja, das machen wir jetzt bei dem jetzigen Titanen-Volk. Ich muss da halt immer, ich habe immer so angegriffen. Da haben schon einige angegriffen. Und dann siehst du ja immer, wenn ein Titanen kommt, oh, sorry for the Overhit. Und it escalates quickly. Und I don't know why this could happen. Und weiß der Geier was, was er da sieht. Da denke ich mir schon immer, oh, yeah. Alle wieder mit ihren Overhits, also machst du nur einen Angriff, um Gutes. Damit jeder was kriegt. Ich plane halt ein, dass Leute sich nicht kontrollieren können. Ganz einfach. Und deswegen bin ich hier jetzt noch nicht so weit. Normalerweise ist das mit zwei Titanen durch. Aber jetzt sind wir schon beim vierten Titanen. Oder drei Titane sind wir jetzt drin. Jetzt kommt der vierte und dann machen wir das jetzt fertig. So. Ja, was habe ich mir überlegt. Ähm, Goblins werde ich dieses Portal machen. Ja. Ähm, weil für das andere Goblin-Portal ist ein langsamer angekündigt. So, und die, die hier stehen, die interessieren mich beide. So, und bei dem anderen ist, glaube ich, ist der vorgestellte Dunkelfeder, also er und, ähm, der Neue. Der Neue haut mich aber nicht um. Deswegen, ähm, ist es dieses Goblin-Portal und das andere Goblin-Portal dann nicht. Ja. Ja. Also, ach, wir haben hier eine Gratis-Beschwörung. Warte mal. Mal schauen uns das mal ansehen hier. Warte mal. Ja, fünf Sekunden. Perfekt. Easy. Beste fünf Sekunden für den Ecorog. Nee, für den Wollamog. Ja, auch vom ersten. Mehr hat man auch nicht verdient für eine Gratis-Beschwörung. Ähm, für eine Gratis-Werbung. Ähm, er ruckelt schon wieder, ne? Ich merke das doch. Jetzt nicht mehr. Jetzt gerade hat er geruckelt. Ähm, ja. Das heißt, wir werden hier was machen. Ich werde aber gucken, wie die Angebote so fallen. Ja, was wir für Angebote kriegen. Ich habe noch nichts gekauft, weil im Shop sind die Angebote auch nicht da. Ich weiß nicht, ich habe hier eine Nachricht, dass ich hier mal gucken soll. Vielleicht sind die jetzt da reingepackt worden. Das weiß ich nicht. Ich habe auch übrigens wieder einmal dieses tägliche wieder vergessen. Mich denkt da einfach nicht dran, ne? Aber das, was du da kriegst, ist sowieso jetzt nicht so, dass man sich dann großartig drüber ärgert. Ähm. Ja, das werden wir uns auch angucken. Wir werden uns Ecorog angucken. Wir werden uns, äh, Spartoy angucken. Warum auch immer man so einem so einen Namen gibt. Aber gut. Hat sich Sprühregen wahrscheinlich auch gefragt. Äh, jedenfalls. Hier werden wir was machen. Hier werden wir nichts machen. Da werden wir auch nichts machen. Außer wir kaufen irgendwo was, wo Juwelen bei sind. Und hier so ein, zwei, zwei Münzen. Ne? Also das, das Portal ist, ist gut. Ja? Aber nicht auf meiner To-Do-Liste. Tatsächlich. Ich hätte gerne, ähm, obwohl die, die hier sind, die brauche ich auch nicht unbedingt. Wenn wir ehrlich sind. Also wen ich halt hier immer noch gerne hätte, wäre halt, ähm, sie. Ihn. Sie finde ich optisch ganz cool. Ihn hätte ich gerne. Und ihn finde ich optisch auch geil. Aber es sind keine, wo ich jetzt sagen muss, die muss ich jetzt unbedingt haben. Deswegen muss ich jetzt hier beschwören. Ähm, genauso wie hier. Also, klar, Xnolfo-Kostüm wäre vielleicht jetzt nicht schlecht. Jetzt wo er auch die richtige, obwohl, ne, eigentlich gar nicht. Wäre gar nicht gut, das Kostüm. Wäre gar nicht gut. Weil das passt dann überhaupt nicht mehr mit der Klasse zusammen. Also, Kostüm für Xnolfo-Kostüm, egal. Ecorog, äh, hab ich. Brauche ich aber auch nicht. Aber weißt du was, komm, den gucken wir uns an. Dann haben wir das Portal zumindest. Oder wir gucken uns den Spartoi da auch an. Komm, machen wir eben. Dauert ja nicht lange. Ähm, vorher, genau. Er hat alle Feinde neu verteilt. Also, wie, wie die Grinsekatze. Einfach komplett random. Ja, du hast, äh, lila Tank, nimmst Schwerpunkt gelb mit. Äh, setzt Ecorog ein. Und der lila Tank vorher ist jetzt irgendwo in der Ecke. Weiß nie, wusste nie, wo da jetzt so der, der Sinn ist dann, ne. Äh, das Verteilen ist dann ganz gut, dass du vielleicht, wenn du irgendwo einen gekillt hast, der jetzt nicht der Tank war, dass du halt, ähm, dann durch das Neuverteilen den irgendeinen Spot kriegst, äh, zentraleren Spot zum Ghosten. Aber auch da, weiß ich nicht. Und hier siehst du wieder die Pixel, ne. Härft mich extrem. Habe ich schon gesagt, oder? Äh, und dann verursacht 280% Schaden beim Ziel und nahen Feinden. Ja, das ist aber auch manchmal so gewesen, dass er sich halt dann, ähm, dass er die so verteilt hat, dass der Tank dann, dass da der, die Lücke war. Und dann ist er nur auf 2 gegangen. War halt nicht immer optimal, ne. Was macht er jetzt? Er verteilt wieder Neu. Und wirft dann sein, sein Helm und den Football danach. Das ist natürlich auch schön. Jedenfalls, ähm, verteilt die Gegner Neu. Verursacht 260 Schaden beim Ziel und nahen Feinden. Also, jetzt nicht mehr 280, sondern 260 nur noch. Der Wirker hat eine Chance von 45% Chance, Spezialfähigkeiten für drei Züge auszuweichen. Okay. Das heißt, du tauscht also Damage ein, nur damit er dodgen kann. Stark. Finde ich überhaupt nicht gut. Wirklich nicht. Also, ähm, er war vorher nicht geil und ist jetzt immer noch nicht geil. Nein. Das Einzige, was ihn gut macht, sind die erhöhten Werte, aber, ey. Wollen wir auch gar nicht weiter drüber nachdenken hier. Schadensreduzierung. Ey, Herr, Herrgott. Warum? Warum gibt man ihm sowas? Ne, der ist, äh, völlig uninteressant für mich. Völlig. Sowas von. Wollen wir gar nicht weitermachen. So, und dann haben wir Spartoy. Das ist passiv, das kennen wir alle schon, ne. 80% Schaden bei allen Gegnern. Also, eine 50% Chance, wenn er sein Special auslöst. Und er hat, äh, ergibt zwei Runden lang 19% meiner Regeneration. Das ist ganz nett. Aber ist halt auch eine 50%ige Chance. Feind Resistenz, ja, gut, okay. Ist auch so eine Alpha-Fähigkeit, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann, ne. Überwältigender Überfall. Verursacht 240 Schaden bei allen Gegnern. Okay. Wenn man bedenkt, er ist erst, äh, schnell, dann mittel, dann schnell. Ist das eigentlich ganz gut. Beschwört einen Naga-Kriegerfeind für alle Gegner. Okay. Der Feind greift sein Ziel mit 75% Angriff bei jedem Zug an. Okay. Der Kriegerfeind absolviert Heilung. Er verschwindet, wenn er leben in Höhe von 40%. Okay. Also Schaden auf alle und Feind auf alle. Gut. Zweite Aufladung. 240 wird ausgetauscht zu 320. Und der Naga-Kriegerfeind macht jetzt 110 statt 70, ne. 75. Jetzt 110. Okay. Also ordentlich. Und verschwindet bei 50% des maximalen Lebens, wenn er es aufgenommen hat. Das heißt, da sind wir dann schon dabei. Weil, die sind schon extrem fett, die Feinde. Das heißt, wenn da eine Heilung reinkommt, die wird nicht mal eben so weggemacht. Ja. Das ist ja, das ist ja so eine ganz geile Sache. Äh, wenn die jetzt noch irgendwie so einen Statuseffekt machen würden oder sowas. Death Down, Detect Down, keine Ahnung was. Dann werden die noch nerviger. Weil die kriegst du dann nicht mit einem Mal weg. Und das ist blöd. Naja, aber auch so, wenn du sie nicht wegkriegst, ohne dass sie irgendwie einen Effekt machen, ist das nervig, weil du kannst halt dann nur, deine Heilung geht halt komplett für den Feind drauf. Aber deine Lebensleiste ist nicht weiter sonderlich gestiegen. Ja. Ist gut. Ist gut. Ist jetzt nicht einer, wo ich jetzt sagen würde, der ist, ähm, ein krasser Game Changer. Wo er natürlich hilft, ist mit den Minions oder mit den Feinden, ähm, gegen die Highliner-Defensive, ne. Also, dann, ähm, kann eine Myonie vielleicht zweimal auslösen und dann ist der Feind erst weg. Und dann geht's erst wieder auf die Lebenspunkte drauf, die Heilung. Gibt dir Zeit. Aber ansonsten, ich weiß halt nicht, wie viel 240 und 320% Schaden bei allen sind mit 1.276 Angriff plus Truppe. Ne. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke mal, das wird nicht, nicht wenig sein. Also, vom Prinzip her kann man sich ja auch immer denken, dass ein neu, also aktuellstes Portal, ein neuer Held da drin, dass der schon nicht ganz so schlecht ist, ne. Ähm, ob er jetzt so ein Game Changer ist, dass ich da jetzt so, auf jeden Fall jetzt direkt hingehe und beschwöre, eher nein. Da finde ich, sind andere gefährlicher. Ja. Aber, ähm, er ist solide. Das ist, glaube ich, das kann man so stehen lassen. Okay, gut, dann haben wir das durch. Ähm, war jetzt nicht, äh, großartig viel, aber die geben mir jetzt auch nicht so viel her. Ähm, kann man, kann man beschwören, das sind keine, die jetzt explizit für irgendwas speziell sind, äh, speziell sind, ja, für, für, für Türme, für Events oder sowas. Für einen Titan sind die beide nicht zu gebrauchen. Die sind halt, wenn, dann für einen Krieg oder Turnier. Ganz einfach. Ja, und dann muss man gucken, abwägen, was hat man, braucht man den dafür, keine Ahnung, wird jeder selber wissen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und ciao, ciao.